Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie einen Chat benutzen. Der Chat ist eine schriftliche Kommunikation in Echtzeit mit einer oder mehreren Personen. Um am Chat teilzunehmen, klicken Sie den Chat auf der Kursseite an. Auf der Chatseite sehen Sie den Titel des Chats, seine Beschreibung und mehrere Chatlinks. Chatten Betreten Sie den Chatraum, indem Sie auf den Link Chat betreten klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, welches in drei Bereiche unterteilt ist. Im Hauptbereich links oben sehen Sie alle Nachrichten, die während einer Chatsitzung gesendet werden. Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Nachrichten einzugeben. Im rechten Teil sehen Sie die Liste aller Teilnehmenden, die im Moment im Chat mitdiskutieren. Ist die Liste nicht sichtbar, ändern Sie die Größe der Fensterbereiche. Wenn jemand den Chat betritt oder verlässt, wird das automatisch angezeigt. Um am Chat teilzunehmen, schreiben Sie Ihre Nachricht, im Normalfall maximal ein, zwei Sätze, unten in das Feld und betätigen die Eingabetaste. Ihre Nachricht wird an den Chat übertragen und im Hauptbereich angezeigt. Auf diese Weise erscheinen nach und nach die Nachrichten der Teilnehmenden. Damit der Chat automatisch weitergescrollt wird, muss der Haken bei Automatisch scrollen gesetzt sein. Um den Chatraum zu verlassen, schließen Sie einfach das Chatfenster. Der Link Barrierefreie Oberfläche auf der Chatseite öffnet eine alternative Chatdarstellung, sollte die erste Möglichkeit nicht funktionieren. Klicken Sie auf diesen Link. Es öffnet sich ebenfalls ein neues Fenster mit einer anderen Fensteraufteilung. Oben die Liste der Teilnehmenden, in der Mitte das Feld für Ihre Mitteilung und unten alle Mitteilungen. Geben Sie Ihre Mitteilungen im Textfeld Mitteilung senden ein und klicken Sie zum Absenden auf den Button Speichern. Alternativ können Sie zum Absenden auch die Eingabetaste drücken. Klicken Sie auf den Button Aktualisieren, damit neue Mitteilungen der anderen Teilnehmenden angezeigt werden. Um den Chatraum zu verlassen, schließen Sie einfach das Chatfenster. Chatprotokolle ansehen Durch klicken auf den Link Chatprotokolle anzeigen auf der Chatseite gelangen Sie zu einer Übersicht aller bisherigen Chatsitzungen. Hier finden Sie für jede Sitzung Datum und Uhrzeit, die Teilnehmenden und die Anzahl der Mitteilungen. Um das Protokoll einer bestimmten Sitzung anzusehen, klicken Sie auf den Link Sitzung ansehen. Jetzt können Sie die gesamte Chatsitzung nachlesen. Klicken Sie auf den Button Weiter, um wieder auf die Übersicht der Chatsitzungen zurückzukommen. Um wieder in den Kursraum zu gelangen, können Sie zum Beispiel auf den Kurstitel in der Navigationsleiste klicken. Viel Spaß beim Chatten! Vielen Dank!